Seit dem 24. April ist nun endlich die Apple Watch erhältlich und schon gibt es auch das erste Zubehör. Um dieses soll es im heutigen Video gehen und nein, ich werde euch keine Hüllen vorstellen, sondern eines der ersten Docs für die Apple Watch. Viel Spaß! Genauer gesagt handelt es sich um den Apple Watch Stand S330 von der Firma Spigen. Einigen von euch dürfte diese Marke durch das ein oder andere Case Review auf diesem Kanal durchaus noch etwas sagen und ich würde sagen, reden wir nicht mehr lange rum und packen wir das gute Stück doch auch gleich mal aus. Hierzu nehme ich mal wieder mein gutes altes Unboxing Messer zur Hand und schneide die beiden Klebepads auf der oberen Seite durch. Wenn wir das geschafft haben, können wir die Lasche aus der Verpackung ziehen und somit kommen wir auch gleich mal zum Inneren der Box. Bevor wir uns jedoch dem Doc widmen, schauen wir uns noch kurz den Rest des Verpackungsinhaltes an. Hier haben wir zum einen mal das Spigen-typische Echtheitszertifikat, mit welchem ihr die Echtheit eures Produktes online überprüfen könnt und dann haben wir noch eine kleine Installationsanleitung, wie ihr das Doc betriebsbereit machen könnt. Das geschieht in vier ganz einfachen Schritten und sollte daher kein Problem sein. Doch jetzt mal weg mit dem ganzen anderen Zeugs und kümmern wir uns um den Stand an sich. Dieser ist aus Aluminium gefertigt und die Ablage der Apple Watch ist aus einem leicht gummierten Material. Auf der Unterseite befinden sich noch vier kleine Pads, damit der Stand nicht eure Unterlage zerkratzt oder ungewollt sich hin und her bewegt. Letzteres können diese Pads jedoch glaube ich nicht verhindern, da der Stand wirklich sehr sehr leicht ist. Ich habe ihn vorher mal auf die Waage gestellt und der Stand wiegt gerade mal 70 Gramm, was nicht mal eine Tafel Schokolade ist. Ansonsten gefällt mir der Stand schon mal sehr gut, sowohl von der Optik als auch von der Verarbeitung her. Und wenn wir uns nun mal kurz der Unterseite der Apple Watch Ablage widmen, sehen wir hier auch gleich mal die Halterung für den Ladepuck. Dieser kann laut Beschreibung ja ganz einfach hineingeschoben werden. Ob es hier zu Problemen kommt durch die unterschiedliche Größe der Ladepucks, werden wir gleich sehen, doch dazu später noch mehr. Auf dem Standfuß des Stands befinden sich noch ein paar kleine Brandmarkings zum Produkt selbst. Hier haben wir zum Beispiel mal Design by Spigen in California, made in Korea. Und nun würde ich sagen, nehmen wir das bei der Apple Watch mitgelieferte Ladekabel zur Hand und machen wir den Stand mal einsatzbereit. Dazu kommt das Kabel einmal durch die seitliche Aussparung und der Puck muss dann nur noch in die dafür vorgesehene Halterung gedrückt werden. Das Ganze funktioniert wirklich kinderleicht und der Puck sitzt auch wirklich hervorragend in der Halterung. Falls er noch ein bisschen zu weit drin ist, könnt ihr ihn einfach noch ein bisschen weiter hochdrücken und dann sollte das Ganze auch wirklich passen. Wie ihr also gesehen habt, ist die Installation wirklich kinderleicht und sollte von jedem gut durchgeführt werden können. Und da wir nun die Installation fertig haben, können wir auch gleich mal unsere Apple Watch zur Hand nehmen und diese auf das Dock legen. Und ja, hier muss ich sagen, das Ganze sieht doch gleich mal viel schöner aus. Wenn die Apple Watch nicht nur auf dem Ladepuck irgendwo auf dem Tisch rumliegt, sondern wirklich einen festen Platz auf diesem Stand hat. Die Apple Watch ist zwar ziemlich leicht aus der Position zu bringen, aber der Magnet des Ladepucks scheint stark genug für diesen Ablagewinkel zu sein. Hier braucht ihr also keine Angst haben, dass euch die Apple Watch mal vom Stand fällt. Da wir nun den Stand gesehen haben, möchte ich noch ein kurzes Fazit dazu abgeben. Der Stand ist optisch schön gemacht, er hat eine spezielle Ergonomie und ich persönlich bin ja ein großer Fan des Aluminiumlooks und dieser passt hier wirklich wunderbar mit der Watch überein. Auch wenn ich am Anfang etwas skeptisch war, muss ich sagen, dass ich zwar gerne ein etwas schwereres Dock gehabt hätte, aber für den Einsatzzweck und zwar zum Laden der Apple Watch ist das Gewicht in Ordnung. Ihr solltet nur damit rechnen, dass der Stand wirklich einfach umfällt, falls ihr mal mit der Hand aus Versehen dagegen kommt, hier ist also Vorsicht geboten. Für einen Preis von 24,99 Euro kann man hier aber echt nicht klagen und wer auf der Suche nach einem günstigen, aber dennoch hochwertigen Apple Watch Stand ist, ist hier genau richtig. Und nun würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn von diesem Apple Watch Stand, schreibt es mir unten in die Kommentare. Über Feedback in Form eines Daumen nach oben und einem Abo würde ich mich natürlich auch wieder riesig freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dahin, ciao.